Mein Name ist Frederic Norman. Ich komme aus Südamerika, habe in USA gelebt, studiert, anschließend bin ich in Deutschland gelandet. Ich arbeite hier als Senior Banker, Managing Director, zuständig für Large Clients in Deutschland bei der Kassi. Wir beraten unsere Kunden in allen möglichen strategischen Maßnahmen, sei es Fremdkapital, Eigenkapitalmaßnahmen, Optimierung der Kapitalstruktur, auch bei M&A-Situationen. Wir beraten die bei Übernahmen, die Finanzierung solcher Übernahmen, die perfekte oder die richtige Kapitalstruktur für so eine Übernahme und auch die gesamte Risikobetrachtung und das Risikomanagement solcher Kapitalmaßnahmen. Also bei Kassip in Deutschland insbesondere hat man, wenn man jung anfängt, hat man eine wahnsinnige Exposure mit Senior Management. Man ist in der Lage, hier schnell Exposure zu bekommen mit Senior Management. Man arbeitet bei Transaktionen, man ist sehr nah an einem Geschehen. Wir sind eine sehr, sehr große Bank, aber doch klein, wenn es darum geht, dass die Teams sehr eng miteinander zusammenarbeiten und somit sehr schnell im Geschehen mitmachen dürfen. Und. Die